Ertrinken, Verbrennen, Explodieren? In Australien passieren immer wieder schlimme Dinge. Heute reden wir über die größten Katastrophen des Landes und was sie für euren Aufenthalt in Australien bedeuten. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Wir werden heute einen Blick auf die dunkleren Kapitel in der Geschichte Australiens werfen. Von verheerenden Naturkatastrophen bis hin zu tragischen, menschengemachten Ereignissen. Das Land hat im Laufe der Jahre schon so einige große Katastrophen erlebt, die auch international Schlagzeilen gemacht haben. Warum ist das nützlich für euch? Naja, auch wenn solche Katastrophen ja prinzipiell einmalig sind, kann man natürlich auch ein bisschen von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Das heißt, in diesem Video lernt ihr auch etwas über die echten Risiken, mit denen ihr während eures Aufenthalts in Australien rechnen müsst. Es ist ganz egal, ob ihr WHVler, Expert oder dauerhafter Auswanderer seid. Und natürlich zeige ich euch auch, wie ihr diese Risiken für euch persönlich reduziert. Also lasst uns eintauchen in die Ereignisse, die das Gesicht Australiens für immer verändert haben. Wenn man sich Australiens Geschichte anschaut, dann merkt man schnell, dass viele der größten Katastrophen Naturkatastrophen sind. Australien ist eben ein Land der Klimaextreme und damit eng verbunden sind Feuer und Wasser. Historisch gesehen waren Überflutungen und Buschfeuer kein größeres Problem für die Natur. Die indigenen Völker hatten gelernt, mit dem Feuer zu leben, wussten, wie man es verhindert und wie man ihm aus dem Weg geht. Die Natur selbst war angepasst. Aber der Eingriff in das Ökosystem durch den Menschen, durch die neue Bevölkerung, durch die Ansiedlungen in eher ungeeigneten Gebieten, das führte in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen. Und es gibt zwei Ereignisse, die ich erwähnen möchte und die gar nicht so lang zurückliegen. Zunächst mal die Black Saturday Bushfires im Jahr 2009. Da war ich noch relativ frisch in Australien damals. Im Februar, also dem australischen Sommer, brachen im Bundesstaat Viktoria verheerende Buschfeuer aus, die sich auch ziemlich schnell ausbreiteten. Und diese Feuer dauerten insgesamt mehrere Wochen, forderten 173 Menschenleben, zerstörten tausende Häuser und verursachten enorme ökologische und ökonomische Schäden. Mehr als eine Million Wildtiere verschwanden in Feuern und die Premierministerin Julia Gillard sagte damals, It's a tragedy beyond belief, beyond precedent and beyond words, one of the darkest days in Australias. Peace Time History. Es war 2009 tatsächlich die größte Feuerkatastrophe seit der Besiedlung des Kontinents. Und auch ein Bekannter von mir war damals betroffen. Sein Haus ist, so wie viele andere, einfach mal ruckzuck komplett abgebrannt. Häuser sind ja hier vom Dach abgesehen, oft nur aus Holz, einer Folie drumherum und Rehgips gebaut. Da bleibt eben nicht viel übrig, wenn man die Temperatur richtig hochdreht. Gerade mal zehn Jahre später, Ende 2019, da kam es schon wieder zu verheerenden Buschfeuern, die Millionen Hektar Land zerstörten. Hunderte von Millionen Tieren töteten laut WWF allein 60.000 Koalas. Das Feuer kostete Dutzende von Menschenleben und zerstörte wieder Tausende von Häusern. Die Brände wurden verursacht durch extreme Trockenheit, hohe Temperaturen und begünstigt auch durch starke Winde. Ihr kennt ja Maren aus einigen meiner Videos. Die hat schon damals ehrenamtlich als Wildtierretterin gearbeitet und sie könnte euch sagen, wie traumatisierend das damals während dieser Naturkatastrophe war. Die Frage ist, was lernt man jetzt daraus? Naja, Buschfeuer wird es hier safe immer geben. Und das Risiko ist eben dort am größten, wo Busch, wo Wald ist. Auf dem Land, aber auch am Stadtrand in den außenliegenden Stadtteilen der größeren Städte. Genauso gut aber auch in weiter innenliegenden Stadtteilen, wenn sie an einen Grünkorridor grenzen. Das müsst ihr einfach wissen. Wer in bewaldeten Gebieten kauft, der muss sich des Feuerrisikos voll bewusst sein und muss vorbereitet sein. Der muss eine entsprechende Elementarschadenversicherung haben und der muss einen Plan haben, was er macht, wenn ein Feuer ausbricht. Zur Versicherung nochmal kurz. In Australien ist das von einer normalen Home-and-Contents-Insurance normalerweise abgedeckt. Aber bedenkt auch, dass die Prämien in waldbrandgefährdeten Gebieten mitunter sehr hoch sind. Oder, dass das ausgeschlossen ist in der Versicherung, also unbedingt gut informieren. Und auch bedenken, wenn ihr mal euer eigenes Haus in Australien baut und ihr geht ins Grüne, dann müsst ihr bestimmte bauliche Standards erfüllen, um Buschfire-Resistance zu erreichen. Das erhöht die Baukosten mitunter erheblich. Und weiterhin, wenn ihr als WHV-Lauter Tourist rumreist, dann behaltet das Wetter im Auge. Checkt die lokalen News, das Buschfeuer-Risiko und kämmt halt einfach mal nicht im Nationalpark, wenn es 37 Grad sind. 10% Luftfeuchtigkeit und 30 kmh Wind, da genügt auch schon ein Funke von euch oder jemand anderem. Und ihr dürft erleben, wie es sich im Inneren eines Flammenwerpers anfühlt. Noch was dazu. Oft gibt es bei solchen ungünstigen Wetterverhältnissen Total Fire Bands, also absolute Feuerverbote, auf Campingplätzen und überall, da darf man damit offenen Flammen überhaupt nicht hantieren. Kurzer Einschub hier an dieser Stelle. In diesem Video beschränke ich mich auf kurzfristige Ereignisse. Das heißt, ich lasse langfristige gesellschaftliche Katastrophen in Australien weg. Dazu, ich möchte sie zumindest erwähnen, zählen zum Beispiel die Zwangsadoptionen von Kindern aus indigenen Familien. Diese gewaltsame Familientrennung wurde tatsächlich noch bis in die 1970er Jahre eiskalt durchgezogen und die politischen Entscheider dachten, dass das einfach mal eine sehr gute Idee sei, das so zu machen. Oder auch die Morde an queeren Menschen in Sydney zwischen 1970 und bis 2010 unter mutmaßlicher Beteiligung der Polizei. Wenn euch eines dieser Themen interessiert, dann sagt es mir gerne in den Kommentaren, dann können wir in einem separaten Video dann nochmal tiefer einsteigen. Okay, zurück zu den Katastrophen. Neben diesen massiven Feuern kam es in Australien noch immer wieder zu starken Überflutungen zu Hochwasser. Drehen wir die Uhr aber zunächst zurück vor meine Zeit und zwar ins Jahr 1986. Da war ich noch in Deutschland, nicht in Australien und da hat es hier innerhalb von 24 Stunden in Sydney extrem viel geregnet und das folgende Hochwasser kostete fünf Menschenleben, verursachte einen Schaden von mehr als 100 Millionen Dollar. Solche Hochwasser gibt es relativ regelmäßig. Fast jedes Jahr ist irgendwo was überflutet. Nicht immer ganz so schlimm, aber es ist wirklich regelmäßig auf der Agenda und ihr müsst damit rechnen, wenn ihr in Australien lebt. Die schlimmste Hochwasserkatastrophe in Queensland, wo ich lebe, passierte 2011. Da war ich auch schon live dabei. Hätte ich gerne darauf verzichtet und um euch das Ausmaß der Situation zu beschreiben, dazu fehlen mir eigentlich die Superlative hier. Meine Partnerin war damals für knapp zwei Wochen im Hochwasser auf einer Insel eingesperrt, ohne Strom, ohne Internet, ohne Telefon und ohne funktionierende Kühlschränke, Küche und Kontakt zur Außenwelt. Und wenn ich sage Insel, dann meine ich nicht, dass das irgendwo im Outback auf einer Farm war. Das war einfach mal in einem Stadtteil von Brisbane, der eben durch sein Terrain und durch seine Geografie 360 Grad von der Außenwelt abgeschnitten war, weil er höher liegt und weil es rundherum eben Senken gab. Und er wurde auch einfach mal vergessen und erst nach etwa einer Woche ist man darauf gekommen, dass da ja noch Leute sind, die keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Und dann hat man angefangen mit solchen Chinook-Helikoptern, da Vorräte zu droppen. Also, das war eine wirklich krasse Zeit und auch Maren, die das auf dieser Insel erlebt hat, sagt, das prägt. Sie hat damals immerhin im Alleingang ihr Pferd vor den Fluten gerettet und darauf ist sie auch heute noch ziemlich stolz. Denn einige Australier hatten ihr gesagt, dass das gar nicht notwendig sein würde, dass die Weide, wo das Pferd steht, nie überflutet würde. Das wüssten sie, sie würden ja schon seit 40 Jahren hier leben. Und das ist etwas, was ihr euch auch merken müsst. Local Knowledge, also das Wissen von Leuten, die schon lange in Australien sind, kann nützlich sein, aber es ist auch nicht die absolute Wahrheit. Stellt euch das so vor, wie wenn ein Tourist eine Stadt erkundet. Der sieht vielleicht ganz andere Dinge als jemand, der schon dein ganzes Leben in der Stadt wohnt und Dinge ignoriert. Und deswegen, wenn ihr in einer kritischen Situation seid oder wenn es um sicherheitsrelevante Dinge geht, verlasst euch nicht auf das Wissen von anderen. Wenn euch irgendein Ossi sagt, ja, von dem Felsen könnt ihr auf jeden Fall runterspringen, das ist super sicher, dann denkt ihr bitte erst selber nach. Bloß, wenn ihr hier schon 20 Jahre wohnt und vielleicht auch schon selber runtergesprungen ist, heißt das nicht, dass das jetzt und heute in dem Moment noch sicher ist. Da muss man einfach etwas kritisch sein. Und die australische Sorglosigkeit, das No Worries Made oder das She'll Be Right, das führt hier regelmäßig zu schweren Unfällen, weil Leute einfach Risiken chronisch unterschätzen. So, zurück zu den Regenfällen 2011. Also, die führten zu Überschwemmungen. Große Teile von Queensland waren betroffen. Zahlreiche Städte und Gemeinden musste schwere Schäden verzeichnen. 37 Menschen starben und tausende von Häusern wurden zerstört. Die Unmengen an Wasser damals sprengen wirklich die Vorstellungskraft. In einem Nachbarort von Brisbane namens Grantham sind damals zwölf Menschen gestorben, nachdem der Ort von einer drei Meter hohen Flutwelle einfach mal so überrollt wurde. Ein Inland-Tsunami, obwohl es dort überhaupt kein Ozean und keine größeren Flüsse gibt. Wirklich unglaublich, was Regenfälle hier in Australien verursachen können. Wir haben jetzt über Feuer gesprochen, über Überflutungen. Kommen wir als nächstes zu einem ungeheuren Sturm. Am Weihnachtstag 1974, Christmas Day, 25. Dezember, da traf der tropische Zyklon Tracy die Stadt Darwin im Northern Territory. Dieser Sturm verursachte massive Zerstörung, tötete 71 Menschen und zwang auch tausende in die Evakuierung. Es war einer der schwersten tropischen Wirbelstürme in der Geschichte Australiens und er sorgte wirklich für ein Chaos, das seinesgleichen sucht. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr in eine Gegend zieht, wo tropische Stürme, Cyclones oft vorkommen, dann erkundigt euch bitte, ob eure Versicherung das abdeckt. Es gibt echt Ecken in Australien, wo man sein Haus überhaupt nicht mehr gegen sowas versichern kann. Man ist also demnächst ein Unwetter total schutzlos ausgeliefert. Da werden dann oft so Fake-Angebote gemacht, nach dem Motto, ja, wir versichern dein Haus gerne, es kostet 100.000 Dollar im Jahr. Macht natürlich keiner. De facto ist man unversichert, weil eben die Schäden so hoch sind und weil die Zerstörungen auch so regelmäßig auftreten. Tropische Stürme sind eigentlich an der Nordküste von Australien vor allem ein Thema. Das heißt, in Städten wie zum Beispiel Darwin, Cairns oder Townsville. Da auf jeden Fall extra vorsichtig sein und sich genau informieren. Was gibt es noch an Naturkatastrophen? Es gibt Tsunamis. Davon blieb Australien weitgehend verschont, von diesem Inland-Tsunami mal abgesehen. Und auch Erdbeben spielen hier zum Glück keine größere Rolle. Allerdings ereignete sich im Juli 1997 ein Lawinenunglück im Threadbow. Das ist ein Skigebiet hier in Australien. Da kamen 18 Menschen ums Leben. Da wurde extensiv auch international drüber geredet. Einfach deswegen, weil das hier extrem selten ist. Australien ist ja nicht gerade für seine Schneegebiete und Skifahren bekannt. Und diese Katastrophe stach wirklich heraus. Das war etwas ganz Einmaliges hier. So, das waren die Naturkatastrophen. Muss man ja mittlerweile in Anführungszeichen setzen, das Wort Natur. Denn teilweise, wie bereits erwähnt, wären die ja ohne den Eingriff des Menschen in die Natur nicht in demselben Ausmaß entstanden. Und auch nicht ohne diese massive Besiedlung hier in Australien. Klar, der Kontinent ist groß, aber manchmal kommt es mir so vor, als ob wir irgendwie die Überbevölkerung mit 25 Millionen Menschen hier schon erreicht haben. Kommen wir aber nun zu zwei direkt vom Menschen verursachten Katastrophen. Das erste ist das Port Arthur Massaker im Jahr 1996. Das war am 28. April, da verübte ein einzelner Schütze in Port Arthur im Bundesstaat Tasmanien das schlimmste Massaker in der Geschichte Australiens. Der tötete 35 Menschen, verletzte 23 weitere, bevor er festgenommen wurde. Und dafür benutzte er halbautomatische Waffen. Das Ereignis, so schrecklich es auch war, hatte aber auch einen positiven Effekt. Es führte nämlich zu einer dramatischen Verschärfung der Waffengesetze in Australien. Vor diesem Amoklauf war es eigentlich hier so ungefähr wie in Amerika. Jeder hatte Waffen, jeder konnte sie kaufen und es gab sehr, sehr wenig Regularien. Danach wurde das alles abgeschafft. Wir haben heute ein ähnliches Waffenrecht wie in Deutschland. Und es gab damals auch ein Rückkaufprogramm. Das heißt, die Regierung hat Waffenbesitzern viel Geld geboten, wenn sie ihre Waffen abgeben. Das wurde gut angenommen und innerhalb weniger Jahre sind zehntausende Waffen hier aus dem Kreislauf, aus der Hand von Konsumenten verschwunden. Da hat sich Australien wirklich um 180 Grad gedreht und heute ist Schusswaffengewalt hochgradig exotisch in Australien. Kommt eigentlich fast nur bei irgendwelchen Mafiamorden vor. Ansonsten haben Australier einfach mal verdammt wenig Schusswaffen in ihrer Hand und das ist natürlich auch gut so. Dieses Jahr 2024 gab es übrigens zwei Amokläufe in Australien. Beide benutzten Messer. Nicht auszudenken wären die beide mit Schusswaffen ausgestattet gewesen. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn die Verfügbarkeit der Waffen gegeben wäre, dann wäre das bestimmt so gewesen. Kann man da jetzt als Neuankömmling irgendwas draus mitnehmen? Naja, vielleicht kann ich euch einfach beruhigen, dass das Risiko, Opfer eines Gewaltverbrechens in Australien zu werden, egal ob als Backpacker oder als Auswanderer, relativ klein ist. Das hier ist insgesamt schon ein friedliches Land, in dem man relativ unbesorgt reisen kann. Zu allerletzt möchte ich noch den Einsturz der Tasmanbrücke im Jahr 1975 erwähnen. Da rammte der mit 10.000 Tonnen Zinkkonzentrat beladene Frachter Lake Illawarra die Brücke. Dabei brachen drei Brückenelemente in sich zusammen und es starben zwölf Menschen und es kam zu erheblichen Problemen. Einige Zivilisten, die das Unglück beobachteten, fuhren mit ihren Booten zum sinkenden Frachter, retteten noch viele Mannschaftsmitglieder aus dem Wasser und dank ihnen konnte Schlimmeres verhindert werden. Aber auch aus diesem Unglück wurde gelernt und es führte letztendlich zu einer Verbesserung in der Brückenbauweise. Aber auch hier gibt es was zu lernen für euch und zwar für euren ersten oder zweiten oder jeden Job in Australien, den ihr annimmt. Verlasst euch nicht darauf, dass euer Vorgesetzter für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgt. Es gibt hier in Australien extrem viele Gesetze zum Thema Arbeitsschutz. Es gibt auch hohe Strafen, wenn der Arbeitsschutz nicht eingehalten wird, bis hin zu entsprechenden Gefängnisstrafen für die Geschäftsführer. Das heißt aber nicht, dass die Arbeitsumgebung trotzdem sicher ist. Es kommt immer wieder zu tödlichen Arbeitsunfällen hier, gerade auch wenn jüngere, unerfahrene Arbeitnehmer beteiligt sind oder auch Backpacker, die einfach mal irgendwas schnell machen sollen. Denkt immer selber nach und wenn euch was unsicher vorkommt, dann macht es einfach nicht. Riskiert lieber rausgeschmissen zu werden, aber begebt euch nicht in Gefahr. Da kenne ich ein ganz aktuelles Beispiel. Und zwar entstehen ja hier zur Zeit im Outback überall Solarfarmen, also so riesige Felder, wo ein Solarpanel nach dem anderen steht. Und die werden zum guten Teil mit der Unterstützung von Backpackern gebaut. Das heißt, hier arbeiten unglaublich viele Leute, die auf WHV, auf einem Working Holiday Visum hier sind, werden entsprechend supervised von ausgebildeten Elektrikern. Aber oft machen die viel mehr, als sie eigentlich dürfen. Da gab es einen Fall kürzlich, da hat der Safety Supervisor auf so einer Solarfarm festgestellt, dass das Arbeiten nicht mehr sicher ist, weil es zu viel geregnet hat, alles nass und schlammig war. Und was haben die Vorgesetzten von dem dann gesagt? Die haben ihn erstmal nach Hause geschickt und haben dann einfach die Backpacker weiterarbeiten lassen, nachdem der Sicherheitsbeauftragte erstmal weg vom Fenster war. Sowas passiert wirklich, deswegen nochmal mein Aufruf, egal wo hier in Australien anfangen zu arbeiten, seid selbstbewusst und hinterfragt, ob die Arbeitsumgebung eine sichere ist. So, das war ein hartes Thema heute. Also diese Ereignisse erinnern ja zuerst mal daran, wie kostbar das Leben ist und wie wichtig es ist, einander auch in schweren Zeiten beizustehen. Bei den australischen Katastrophen, die ich miterlebt habe seit meiner Ankunft, da gab es zum Glück auch immer Heldengeschichten, Lichtblicke, Hoffnung und manchmal ist es besser, sich im Nachhinein darauf zu konzentrieren und selbst versuchen, einfach den bestmöglichen Beitrag zu leisten, damit es auch nach sowas irgendwie weitergeht. Denn weitergehen, das muss es schließlich. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da und bis bald.